Tipps und Tricks fürs Bewerbungsgespräch und wie man andere von sich überzeugt. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und heute geht es um Bewerbungsgespräche, Vorstellungsgespräche und alle anderen Gespräche oder Termine, wo es eben darum geht, dass man einer anderen Person gegenüber sitzt und mit der bespricht, entweder ob man genommen wird oder man stellt sich vor, all diese Themen, wo man eben eigentlich die Challenge hat, dieses Gegenüber, diese andere Person von sich selbst zu überzeugen. Und ich war natürlich selbst schon öfter in solchen Situationen, Bewerbungsgespräche hatte ich fast gar keine. Wir hatten nur bei so einem speziellen Tag, den wir in der Schule hatten, mal das als Übung. Und ich merke aber selbst, dass es einfach eine Sache ist, die mir automatisch sehr, sehr leicht fällt und wo ich viele Dinge intuitiv anders mache als die meisten, wodurch es meistens bei mir einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und da habe ich mir jetzt mal drei Tipps überlegt, die, glaube ich, einfach von der Einstellung, von der ganzen Herangehensweise, wie man sich in dieser Situation verhält, einfach alles verändern kann. Und so Themen wie, was ziehe ich an und so weiter, das folgt dann eigentlich automatisch daraus. Deswegen werde ich auf solche Sachen, so Kleinigkeiten gar nicht eingehen. Aber wenn du einfach mit dem richtigen Mindset da reingehst, dann wird das Gespräch definitiv sehr, sehr positiv für dich laufen. Und so als allererstes würde ich mir mal bewusst machen, dass es nicht um dich geht, sondern um die Vorstellung der anderen Person. Was meine ich damit? Wenn wir in so eine, ja, Drucksituation reingehen, sind wir ganz, ganz viel mit uns selbst beschäftigt. Das bedeutet, wir sind immer mit, oh, bin ich gut genug? Sage ich da und da die richtigen Antworten? Habe ich alles gemerkt? Sehe ich richtig aus? Und alles, alles ist immer nur wir, wir, wir. Und man ist so stark in seiner eigenen Angst im Prinzip. Und man versucht gleichzeitig dann auch, alles, was man ja weiß und wie toll man ja ist, irgendwie der anderen Person hinzuwerfen, um sozusagen zu beweisen, dass man es drauf hat. Und das zorgt eigentlich dazu, dass du die ganze Zeit versuchst, dass du Dinge hast, die dir nicht passen und Dinge, die richtig gut sind, wo du glaubst, die kommen gut an. Und dann versuchst du, die ganzen Dinge, die nicht passen, irgendwie zu kaschieren und versuchst dann immer alle Sachen hinzuwerfen, die gut sind. Und jeder andere wird immer so versucht, so eine Kurve zu schlagen, so um die gefährlichen Sachen, die man sagen könnte, außenrum und dann immer so das Perfekte so hinzulegen. Und die andere Person ist ja nicht doof. Die andere Person ist ja nicht doof, die weiß ganz genau, die hat wahrscheinlich schon hunderte Bewerbungsgespräche geführt und weiß natürlich selbst, wie man sich in so einer Situation fühlt. Und deswegen, als allererster Punkt, versuch mal ein bisschen von diesem Fokus auf dir selbst wegzukommen, sondern dir vielmehr zu belegen, was möchte die andere Person eigentlich? Es geht ja gar nicht darum, was du bist, sondern es geht vielmehr darum, was die andere Person möchte. Sprich, du kannst ja mega toll und so viele tolle Dinge können, wenn aber für die Person einfach die drei, vier anderen Sachen wichtig sind, denen du vielleicht nicht so toll bist, dann bringt dir diese ganze Sache nichts, weil es nur darum geht, was die andere Person möchte. Das bedeutet nicht, dass du zwangsläufig für alles verbiegen sollst. Manche Dinge werden einfach nicht für dich passen. Aber wenn es dir darum geht, bei so einem Bewerbungsgespräch die andere Person von dir zu überzeugen, dann versuch dich in ihren Kopf rein zu versetzen und dir zu überlegen, wonach sucht diese Person? Wonach sucht diese Person? Und dann versuch dir zu überlegen, wie du mit dem, was du hast, mit deinen Eigenschaften und so weiter, diesem Wunsch, dieser Vorstellung möglichst gerecht zu werden und da möglichst viel zu helfen. Weil die andere Person interessiert sich ja eigentlich gar nicht so richtig für dich, sondern viel mehr, wie du ihr bei dem helfen kannst, was sie von dir möchte. Und dann ist es ein ganz anderer Fokus. Es ist kein Fokus von, ich bin so toll und versuche mich irgendwie möglichst gut darzustellen, hin zu, ich überlege mir, wie ich dem, was die Person gerne hätte, wie ich dem helfen kann. Und das ist dann eben nicht mehr dieses Egozentrische, sondern es ist viel mehr ein Geben. Und das kommt einfach mega, mega gut an und wird dich einfach auch von allen Mitstreitern in der Regel richtig gut unterscheiden. Als zweiter Punkt, super, super wichtig. Dein Wert ist in der Regel immer höher, als du selbst von dir denkst. Denn gerade bei so Bewerbungen, da denkt man sich so, oh shit, Alter, hier gibt es so 100.000 Bewerber und so weiter und die haben nur ein, zwei, drei Stellen und jetzt muss ich hier ganz toll sein und so weiter. Und in manchen Fällen mag das wirklich zutreffen. Das mag wirklich zutreffen. Aber selbst in solchen Situationen, wenn du ein richtig guter Fit für die Position bist, dann hast du einen unfassbaren Wert. Du hast einen unfassbaren Wert. Lass dich auch manchmal nicht von den größeren Zahlen oder vielleicht auch Sachen, die ausgeschrieben werden, verunsichern. Sondern wenn du wirklich merkst, okay, ich passe sehr gut für die Position. Wenn du für die Position nicht passt, dann hast du auch nicht so viel Wert, was wir eben im vorherigen Punkt schon besprochen haben, weil wenn du nicht der Person bei dem helfen kannst, was sie möchte, dann lohnt es sich für die Person ja auch nicht, dich zu nehmen. Aber wenn das zutrifft, dass du dieser Person richtig gut helfen kannst, dann bist du ja im Prinzip genau die Person, die gesucht wird. Und sich das mal auf der Zunge zu ergehen zu lassen, dann eben wieder wegzukommen von seinen eigenen Unsicherheiten. Und ach, vielleicht kann ich das nicht ohne, richtiger Anzug und so. Das ist nicht so wichtig. Wenn du den Wert hast, dass du genau die Person bist, die gesucht wird, dann hast du eigentlich das Zepter in der Hand und nicht die Person gegenüber. Das bedeutet, versuch da auch gerne mal die Mindshift zu machen von, es ist nicht zwangsweise so, dass die Person mich auswählt, sondern dass ich mir überlege, ob ich hier arbeiten möchte. Und das ist super, super krass. Weil dann als dritten abschließenden Punkt solltest du dich eben genau dementsprechend auch verhalten. Und damit meine ich nicht, dass man arrogant geht und rein sagt, oh, ich bin hier der Krasseste und wenn ihr mich nicht nehmt, seid die Idioten. Sondern einfach nicht zu versuchen, da da zu sitzen, eine andere Person so richtig in den Arsch zu kriegen. Ja, so alles, oh ja, und dieses Unternehmen ist ja das Allertollste. Manche Arbeitgeber suchen vielleicht auch nach genau solchen Leuten, die alles super toll finden und keine eigene Meinung haben, kann sein. Nein, wie gesagt, da kenne ich mich nicht so aus. Aber was ich weiß, ist, dass wenn du ein Gespräch auf Augenhöhe führst und auch eigene Interessen hast und nicht überall sofort Ja sagst, dass das einen enorm hohen Respekt für dich in der anderen Person auslösen wird. Deswegen stell gern auch unbedingt eigene Fragen. Sag mal so, okay, wie macht das Unternehmen hier beispielsweise das und das, weil mir ist der und der Punkt super wichtig und so weiter. Ja, deswegen seh dich nicht so an, als da ist der Typ, der die Fragen stellt und ich bin der kleine mickrige Typ, der irgendwie die Antworten gibt, die irgendwie diesen tollen Menschen da gerecht werden müssen und sagt, nee, hier ist eine Person, die so jemanden wie mich sucht und hier ist eine Person, die bin ich und die sucht eben eine Arbeitsmöglichkeit oder was auch immer bei der anderen Person. Und dann geht es einfach nur darum, was bietet dir diese Person, was bietest du dieser Person und wenn es ein guter Fit ist, dann ist es perfekt. Weil mit der Ansicht wirst du einfach, es ist so eigentlich die perfekte Kombination, ja. Durch den ersten Schritt gehst du mal weg von dir selber und du hast diese eigenen Ängste und so weiter, sondern du überlegst dir, weil kann ich der anderen Person helfen. Das ist super wichtig, dass du dich immer in den Kopf deiner Person versetzt. Aber dadurch, dass du dir dann gleichzeitig bewusst wirst, hey, ich habe eigentlich einen viel höheren Wert, als ich wahrscheinlich von mir denke und verhalte mich dann auch so, bist du sozusagen jemand, der selbstbewusst ist, der für seine eigenen Interessen einsteht, der auch einen hohen Wert hat, weil du strahlst das aus. Man merkt ja sofort bei einem Gegenüber, ob er jetzt das Gefühl hat, er ist von Bedeutung oder eben nicht. Und obwohl du aber mit diesem hohen Wert und dem Gefühl in diese ganze Verhandlung, das ist ja im Prinzip alles eine Verhandlung, reingehst, bist du aber trotzdem mit einem Helfer-Mindset unterwegs. Das heißt, es ist nicht so, ach ja, und was kann die so nehmen, immer so kritisch. Darum geht es nicht. Sondern du hast einen hohen Wert, kommst aber trotzdem mit der Intention zu helfen und eben zu unterstützen und eben was zu geben, machst es aber auch gleichzeitig nicht immer unter allen Umständen. Und das ist die perfekte Kombi, wodurch du einfach einen super sympathischen Eindruck machen wirst und gleichzeitig zeigen wirst, dass du sehr, sehr viel Wert für die andere Person hast und dann stehen die Chancen einfach extrem gut, dass du eben genommen wirst. Und das wünsche ich dir natürlich. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denn beispielsweise, wo ihr euch demnächst bewerbt oder was für Gespräche ihr in der Art habt, weil das wäre für mich super interessant, was euch da so für Challenges quasi bevorstehen, weil ich dann meinen Content auch danach vielleicht nochmal ausrichten kann. Und gerade für so ein Gespräch, glaube ich, will man euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Wir sehen uns im nächsten Video.